Wir haben einen Puma One 1 Grip IC. Der hat eine komplette Latex-Oberhand, also kein Silikon, weil viele Torhüter einfach Latex bevorzugen, weil es schön weich ist und eine gute Griffigkeit hat. Einstieg ist eine normale Bandage und ein Latexriegel, der für einen sicheren Sitz sorgt. Und dann eben typisch für einen Innennahthandschuh die innen genähten Schichtel hier, wobei wir immer Latex nehmen, damit man hier vorne auch, wie ihr seht, Grip hat, weil die Schichtel doch weit auf die Innenhand reinziehen. Beim Daumen haben wir ein Wrap von oben. Generell ist der Daumen aber außen genäht, weil es einfach komfortabler ist, da sonst immer diese Naht am Daumen beim Empfangen stören kann. Ja, das ist der Puma One 1 Grip IC.